Ach ja, schau uns mal an, wenn man da trifft, in der Beskidensstraße, ne? Oh, grün. Grün. Ich sehe lieber. Und hier haben wir sie, die legendäre Stairways to Heaven. Jetzt hier ist irgendwas los. Ich geh mal ein bisschen mehr rein. Er war schon immer der Meister der Ricardelle, im schwäbischen Fleischküchle genannt. Jawohl. Du, Meister der Fleischküchle. Ja, klar. Er muss ja auch mal rein. Das sind wir zwei auf ein Bild. Liebe Freunde, Bekannte und Fans. Ich esse euch jetzt etwas vor. Viel Freude und Spaß dabei. Zugabe werde ich heute keine geben können. Aber es beginnt. Eins, zwei, drei, vier. Suppe. Ähm, Fleischküchle. Nicht Suppe. Aber sonst Zwiebelring. Ego. Und ein leichter Bierdorst ist halt was Herrliches. Ich sage dir. Jeder Zug ein Löschzug. Wir meldet uns wieder von dieser spannenden Situation, wenn er leer gegessen hat. Okay. Weil ich filme jetzt nicht der ganze Zwischenfall. Nein, nein. Das dauert ja zu lange. Das Intermezzo ist nicht so interessant. Ach so. Das kann natürlich auch sein, dass es verpasst. Also das Ende von seiner Mahlzeit einfach verpasst. Weil es gibt es noch mehr spannende Sachen. Wenn man das mit dem vaccinander verpasst kann. Jochen能 richtig verpasst. Ja, diese alte Rotze muss ich mir auch noch eine ernähren. Nicht zu fassen! Nein, endlich bin ich mal der Größte! Lady in Black! Und das mir! Und das ihm, den großen Meister! Aber Lady in Black ist ja total laut! Der große Meister, der hessert mich! Man in Black! Oder so, ohne ohne, zack! Sie lachen! Wenn sie lachen, dann sind sie nicht! Ich schwenke sie mir und sage, hier ist die Stelle, wo es einigermaßen hell ist. Und dann sage ich, genau, der Abschied schwenkt. Wuhu! Das ist ein Telefon, oder? Das ist eine Videokamera, gar nichts! Bei mir nicht! Das ist nichts, außer eine Videokamera! Sonst gar nichts! Kein Telefon! Eine Videokamera? Das ist nichts! Und ein weicher Bierdurst ist halt was Herrliches! Und ein weicher Bierdurst ist halt was Herrliches! Äh, sag ich dir!